Anna Meyer. Die Elenden. Warum unsere Gesellschaft Arbeitslose verachtet und sie dennoch braucht. Nehmen wir einmal an, Sie sind ein Mensch ohne nennenswertes Vermögen. Sie haben also nicht genug Geld, um davon leben zu können, dass es sich von selbst immer weiter vermehrt. Sie besitzen auch keine Güter, die Sie im allerschlimmsten Fall verkaufen könnten. Sie haben irgendeinen Beruf gelernt und nun verdienen Sie Geld mit diesem Beruf. Es ist nicht viel. Der Median des Nettoeinkommens lag 2010 in Deutschland bei knapp 1300 Euro, aber Sie fahren einmal im Jahr in den Urlaub. Sie besitzen vielleicht ein Haustier, das Sie gern haben. Dann werden Sie krank, liegen ewig im Krankenhaus. Ihr Chef bittet Sie, zu kündigen. Sie haben sich immer gut mit ihm verstanden. Er verspricht Ihnen, Sie könnten zurückkommen, wenn es Ihnen besser geht. Oder Ihre Eltern werden krank und Sie kümmern sich. Oder Sie bekommen versehentlich ein Kind, das Sie sehr gern haben und deshalb nicht acht Stunden am Tag alleine herumliegen lassen können. Oder Sie verlieben sich in jemanden und er verarscht Sie und am Ende besitzt er Ihr Auto und Sie nur den Fötus, den er Ihnen eingepflanzt hat. Oder Ihre Frau verlässt Sie und Sie werden depressiv und die Frau nimmt die Freunde mit und die Kinder und da ist niemand, der käme, um Sie zu umarmen. Oder eine globale Pandemie grassiert und Ihre Firma muss ein paar Leute rauswerfen, um das Geld einzusparen, das durch den Stillstand verloren geht. Abends trinken Sie. Aber da es keinen Unterschied zwischen Tag und Abend gibt, wenn man gelangweilt ist und allein, trinken Sie bald manchmal auch nachmittags. Zehn Prozent aller Hartz-IV-Empfänger, das hat eine Studie mit Versicherten der AOK ergeben, sind suchtkrank. Und das sind nur die, bei denen die Krankenkasse darüber Bescheid weiß. Am Anfang geht es Ihnen mit der Arbeitslosigkeit noch recht gut. Sie bekommen vielleicht Arbeitslosengeld eins, also für ein Jahr 60 Prozent Ihres Nettogehalts. 67 Prozent, falls Sie Kinder haben. Maximal aber 2000 Euro in Westdeutschland. In Ostdeutschland nur knapp 1900. Sie machen sich auf die Suche nach einem neuen Job und trinken abends mit Freunden in den Bars, in denen sie schon immer getrunken haben. Sie erzählen den Freunden, wie deprimierend die Jobsuche ist. Und wenn die Freunde von der Arbeit reden, dann erzählen sie eben Geschichten von früher. Einen neuen Job finden sie nicht. Am Anfang, weil sie noch wählerisch sind. Am Ende dann, weil die Leute, die die Jobs vergeben, sich fragen, wieso sie so lange keinen neuen Job gefunden haben. Oder weil es gerade einfach keine Jobs gibt. Das kommt vor. Vielleicht können sie auch nicht aus ihrer Stadt weg, weil sie dort ein Kind haben. Oder ein Tier. Oder eine Oma, die sie pflegen. Das Arbeitsamt hält Beschäftigungen für zumutbar, wenn die täglichen Pendelzeiten zwischen Wohnung und Arbeitsplatz unter zweieinhalb Stunden liegen. Vielleicht gibt es den Beruf auch gar nicht mehr, den sie gelernt haben. Ohnehin müssen sie sich langsam von dem Gedanken verabschieden, dass sie einem Berufsstand angehören. Vom siebten Monat der Arbeitslosigkeit an ist ihnen jede, wirklich jede Beschäftigung zumutbar, deren Lohn höher ist als das Arbeitslosengeld. Sie haben zufällig keine Partnerin, die genug Geld besitzt, um sie mitzuversorgen. Falls sie doch eine hatten, dann vielleicht jetzt nicht mehr, weil sie ihre Lethargie nicht mehr ertragen konnte. Arbeitslosigkeit führt zu einem höheren Trennungsrisiko. Vor allem, wenn es der Mann ist, der arbeitslos wird. Am Abend der Trennung kommen Freunde zu ihnen nach Hause. Die Freunde sagen, dass alles wieder gut wird. Sie nicken. Mal schauen, wie lange die Freunde noch kommen. Menschen, die länger als ein Jahr arbeitslos sind, fühlen sich häufiger sozial isoliert und unglücklich. Nach etwa anderthalb Jahren müssen sie aus ihrer Wohnung ausziehen. Zu groß für Hartz IV. Die angemessene Bruttokaltmiete für eine Person beträgt 364,50 Euro. Die angemessene Quadratmeterzahl ist 50. Vielleicht haben sie noch eine Familie. Dann gibt es für vier Personen 85 Quadratmeter, Kaltmiete 587 Euro. Sie ziehen also um. Ach und ihr Sparkonto? Davon haben sie hoffentlich bereits Anschaffungen gemacht, denn mehr als 150 Euro pro Lebensjahr dürfen sie nicht besitzen. Und mehr als 10.000 Euro sowieso nicht. Nehmen wir mal an, sie sind 35 Jahre alt. Dann dürfen sie 5.250 Euro auf dem Konto liegen lassen. Aber sie werden es eh bald aufbrauchen. Nach etwa zwei Jahren werden sie nicht mehr eingeladen, wenn ihre Freunde sich treffen. Ihr Leid ist zu bedrückend für alle, die sich über den Stress am Fließband oder im Büro beschweren wollen. Sie werden auch langsam komisch, verschlossen, ein wenig verschroben, weil sie ja im Alltag kaum noch mit jemandem reden. In ihrem Regelsatz sind übrigens exakt 10,76 Euro für Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen vorgesehen. 37,84 Euro für Bekleidung und Schuhe. Nach etwa drei Jahren Arbeitslosigkeit sieht man ihnen deutlich an, wo sie wohnen, wie sie wohnen und dass ihnen nichts mehr einfällt. Ihr Tier wird krank. Es ächzt. Es röchelt. Sie setzen es in eine Box, bringen es zum Tierarzt und bitten ihn, dem Tier zu helfen. Der Tierarzt sieht ihre Kleidung, er sieht die klapprige Box und er könnte vielleicht helfen, aber er will sie nicht vor die Wahl stellen, ob sie diesen Monat essen oder ob das Tier leben soll. Deshalb sagt er, dass er nichts tun kann. Sie sind jetzt noch ein bisschen einsamer, als sie es vorher waren. Nach etwa sieben Jahren ist jedes Gerät, das ein menschenwürdiges Leben in diesem Land ausmacht, einmal kaputt gegangen. Die Waschmaschine zuerst. Sie haben sich eine neue kaufen müssen, jetzt haben sie Schulden. Vielleicht hat ihnen jemand mit ein wenig Geld ausgeholfen, wenn sie noch Freunde haben. Dann die Spülmaschine. Auch so eine Sache. Man kann ohne leben, es kostet nur Zeit. Früher, als das Arbeitslosengeld II noch Sozialhilfe hieß, erstattete der Staat die Kosten für warme Kleidung im Winter und für andere große notwendige Anschaffungen. Das wurde 2004 mit den Gesetzen für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt abgeschafft. Die Kinder, die sie vielleicht haben, bekommen immer häufiger Kopfschmerzen. Kann am Wetter liegen, sagt der Arzt, oder psychisch bedingt sein. Kinder mit niedrigem sozioökonomischem Status leiden in Europa doppelt so häufig an psychischen Störungen wie andere Kinder. Wenn sie nachmittags aus der Schule kommen, geben sie ihnen etwas zu essen und dann ist den Kindern langweilig. Aber sie können ihnen keine Fußballschuhe kaufen und keine Ballettkleidchen. Also schalten sie den Fernseher ein, damit sie endlich Ruhe geben, denn sie müssen verdammt nochmal das Geschirr spülen. Heute sind sie noch nicht dazu gekommen. Ihr Wasserkocher ist kaputt gegangen und sie haben den Vormittag in Geschäften verbracht und Preise verglichen. Von 15 Euro kann man einen Wasserkocher und ein paar Schuhe kaufen. Man braucht nur viel Zeit dafür. Die Krankenkasse zahlt ihren Kindern die Medikamente gegen ADHS und ihnen die Medikamente gegen die Depression. Vier von zehn Hartz-IV-Empfängern, das ergab ebenfalls eine Studie der AOK, sind psychisch krank. Bei Langzeitarbeitslosen, so geht es aus Zahlen der Stiftung Deutsche Depressionshilfe hervor, sind es 70 Prozent. Die Kinder bekommen nachmittags in der Schule von einer Studentin Nachhilfeunterricht. In ihrer WG sagt sie zu ihren Mitbewohnerinnen, wie schade, dass die Eltern ihre Kinder so vernachlässigen. Die arbeiten doch gar nicht, die hätten doch Zeit. Sie schicken die Kinder auf den Spielplatz in der Nachbarschaft. Aber die Kinder sind müde vom Ritalin und als sie zurück nach Hause kommen, hat eins eine Schramme im Gesicht, weil ein anderes Kind zugeschlagen hat, dem genauso langweilig war. Im Fernsehen läuft die Bundestagswahl. Sie schalten um, damit die Kinder still sind. Während die Kinder fernsehen, suchen sie Formulare zusammen und Unterlagen, um weiter Geld zu bekommen. Ihre eigenen Kontoauszüge, die Kontoauszüge der Kinder. Bewerbungen, von denen sie schon vorher wussten, dass sie zwecklos sein würden. Schulbescheinigungen. Noch gehen die Kinder zur Schule. Vielleicht haben sie auch keine Kinder. Herzlichen Glückwunsch. Hoffentlich haben sie es geschafft, ohne Kinder und ohne Arbeit noch irgendetwas Schönes in ihrem Leben zu finden. Sonst haben sie sich vielleicht schon umgebracht. Jeder fünfte Suizid weltweit steht in Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit. Sie verpassen einen Termin beim Jobcenter. Ihnen werden zehn Prozent ihres Hartz-IV-Satzes gestrichen. Sie lehnen einen Job ab, weil sie inzwischen Angst haben, vor die Tür zu gehen. Jetzt bekommen sie nochmal 30 Prozent weniger Geld. Bis zu 60 Prozent der Leistung konnte man Hartz-IV-Empfängern bis vor kurzem streichen, wenn sie ihren Pflichten nicht nachkamen. Erst 2019, also etwa 15 Jahre nach Einführung von Hartz IV, entschied das Bundesverfassungsgericht, dass das zu viel ist. Jetzt sind noch maximal 30 Prozent erlaubt. Also Kürzungen bis auf 280 von 420 Euro. Sie stehen jetzt unter andauerndem Stress. Sie wollen überleben. Sie wollen nicht auffallen. Sie wollen niemandem zur Last fallen. Deshalb rauchen sie. Deshalb essen sie ungesund und deshalb trauen sie sich nicht zum Arzt zu gehen. Arme Menschen sterben früher als reiche Menschen. Sie haben im Schnitt etwa zehn gesunde Lebensjahre weniger. Mit denen da draußen haben sie keine Berührungspunkte mehr. Mit denen, die in Cafés sitzen und an Kulturveranstaltungen teilnehmen. Die Trennung zwischen Zivilisation und Kultur existiert, um das eine als notwendig und das andere als überflüssig darzustellen. Damit das Überflüssige denen exklusiv bleibt, die über das Notwendige nicht nachdenken müssen. Vielleicht haben sie mal Brecht gelesen und denken das jetzt, da sie seit Jahren nicht mehr an einem schönen Ort waren, in einem Museum oder auf einem Konzert. Wahrscheinlich denken sie das aber nicht. Wahrscheinlich fühlen sie sich klein und machtlos. Und kein gesellschaftlicher Diskurs über Verteilungsgerechtigkeit kann ihnen daraus helfen. Es geht nicht mehr um sie da draußen. Das Ändern der Realität Warum das Schicksal der Arbeitslosen für alle wichtig ist Oft kommt die Wut beim Smalltalk. In einer Redaktion saß ich vor ein paar Jahren neben meinem Kollegen, der ungefähr so alt war wie ich, Anfang 20. Als wir darüber sprachen, in welchen Gegenden wir aufgewachsen waren und ich den Namen meines Viertels nannte, sagte er, Ah, da gibt es ja ganz schön asoziale Gegenden. Ich war mal für ein Uniseminar dort. Es ging um Abgehängte. Wir haben an Türen geklingelt und mit Leuten geredet, wer dir da so aufmacht. Natürlich ging er davon aus, ich hätte auf der guten Seite des Viertels gewohnt. Auf der Seite mit den Einfamilienhäusern. Nicht auf der Seite mit den Plattenbauten, die für Feldversuche von Soziologiestudenten geeignet ist. Dass er dabei auch meine Eltern betrachtet haben könnte. Dass er auch über sie hätte reden können wie über Zootiere, empörte mich. Einerseits, weil ich mich denjenigen, die er für asozial hält, zugehörig fühle. Den Menschen, neben denen ich aufgewachsen bin und die in der öffentlichen Wahrnehmung unter einer Schicht aus Vorurteilen existieren, die so dick ist, dass sie zu ersticken drohen und dass kaum jemand ihre Realität darunter sieht. Andererseits, weil ich mich auch ihm, dem Kollegen, zugehörig fühle. Weil wir im gleichen Job arbeiten, an den gleichen Orten zu Mittagessen und weil ich beanspruche, dass ich dabei normal bin. Doch ich bin es nicht. Denn seine Welt ist immer noch nicht ganz meine. Wahrscheinlich wird sie es nie sein. Ich werde oft gefragt, warum meine Eltern arbeitslos sind. Ich finde die Frage frech. Manchmal frage ich zurück, warum ist dein Vater Ingenieur? Lebensgeschichten sind nicht erklär- oder planbar. Wir können sie zwar rückblickend analysieren und etwa behaupten, dass erst der Kontakt zur Person A in Firma B und zu unserem aktuellen Job verholfen hat. Oder dass unser Leben ohne das freiwillige soziale Jahr in Sri Lanka ganz anders verlaufen wäre. Die Sache ist die, eine Wahrheit oder beweisbare Kohärenz wird in diesen Analysen immer fehlen. Jungen Menschen sagt man ja gerne, sie sollten ihren Weg gehen und dabei bloß nicht auf die schiefe Bahn geraten. Aber der Weg ist ja noch nicht da, bis man den ersten Schritt macht. Man muss ihn selbst asphaltieren. Wer Geld hat, der kann sich eine gewisse Planbarkeit erkaufen, sich selbst ein Netz bauen, das ihn auffängt, wenn der eingeschlagene Weg sich doch als löchrige Hängebrücke herausstellt. Wer kein Geld hat, fällt tiefer. Aber die Hindernisse, die in der Zukunft liegen, sind für alle gleichermaßen allerhöchstens verschwommen sichtbar. Und die Bahn, auf die man gerät, könnte schief sein oder großartig. Das weiß man erst, wenn man ankommt. Wäre es anders, wären Leben also vollständig planbar und individuelle Entscheidungen frei von ökonomischen und gesellschaftlichen Zwängen, könnte man jedem Menschen zu Beginn seines Lebens einen Zettel hinlegen, auf dem er seine Ziele ankreuzen soll. Möchten sie a. Hochschullehrer oder b. Maurerin oder c. arbeitslos werden. Je nach Auswahl bekäme er dann eine Landkarte in die Hand gedrückt mit Instruktionen dazu, wo es abzubiegen gilt, um die eigenen Wünsche wahr werden zu lassen. Die Sache ist, unsere Lebensgeschichten gehören uns nicht allein. Sie finden innerhalb eines Systems statt, das bestimmte individuelle Geschichten braucht, um als Ganzes zu funktionieren. Dazu gehören Geschichten vom erfolgreichen Aufstieg, die alle dazu motivieren werden.